Herzlich willkommen zu meinem Video. Dann werde ich heute meinen O2 Test machen mit dem Yoshida, wie das auch immer heißt. Aber ich kann es nicht so gut aussprechen. Sondern wird der Yoshida eine Geschicklichkeit getestet. Ich werde aber nicht die Sachen machen, wo es im Internet geht. Wenn man natürlich die Aufgaben davon nimmt. Weil es gibt jetzt noch Gefährdigen, wo dann der Hund davon und davon die Sachen machen muss. Und die Bestimmten werde ich nicht machen. Ich werde mich nicht in ein paar Sachen selber ausdenken. Weil ich einfach lustiger finde, wenn das mehr Spaß macht. Ich könnte aber auch so machen. Ich habe von Shui die Borsi Leckerlis und die so schön kleine München. Kann jemand rausbringen? So sehen die aus, würde ich sagen. Kauknochen, die letzten Knochen rausgenommen. Und Yoshi muss jetzt da drauf die Futter machen. Er kann nicht mehr Futter, aber es ist halt für Fressen. Wir schauen, dass wir es schaffen, dass er mir da die Futter drauf tut, ohne ihn zu fressen. Los geht's! Yoshi Pfote! Nein, er gibt die Futter aber auf meiner Hand. Yoshi Pfote! Fein! Pfote! Yoshi Pfote! 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 Fein würde sagen, er hat es bestanden. Er will es immer mit der Hände beißen. Aber er tut auch die Pfote hin. Wir machen es noch einmal. Pfote! Fein! Es tut er immer mit in seiner Hand. Jetzt geht's an der Ecke und wo ist das Leckerli? Das ist toll! Ja! Nächstes. Los geht's! Die Aufgabe braucht ihr ein Leckerli, wie gut hießt. Yoshi, nein! Nein! Ich könnte auch die... Die Tönigke ist hier ein bisschen zu klein. Sondern werde ich da... Bäh! Was ist das? Drei Bässe auf den Boden stellen, dann müssen wir das Leckerli verstecken. Yoshi muss die umwerfen. Kennt, glaube ich, die meisten von euch. Er kriegt hier so ein Leckerli, weil da ist es erst heiß drauf. Jetzt müssen wir schauen, wie gut... Mal schauen, wie gut er ist. Okay, ich habe jetzt hier die Becher hin. Da wird sie das Leckerli verstecken. Ich schaue da gerade nicht hin. So. Sechs. Ich werde das jetzt vermischen. Und hier ist es. Ja, hier. Aber ja. Und so! Okay, versteht's natürlich. Bis zum nächsten Mal. Jetzt werde ich ihn in den Kopf tun. Mal schauen, wie schnell er es runterkriegt. Für die nächste Aufgabe habe ich ihn in den Deckel geholt und ich werde sie über ihn drüber werfen. Mal schauen, wie schnell er die Runde hat. Jetzt, komm mal hierher, Bild! So schnell ist es schon, als wäre man sich in ein halbes Zimmer gerannt. Das war total lustig, aber das war sehr schnell. Ich habe jetzt einen Wassernapf. Da habe ich ihn voll leckerlich reintun. Joschi macht ja sonst nicht so viel Wasser. Manche machen es auch, dass der Hund trinkt. Also reintun, dass der Hund dann trinkt das Wasser, den Joschi nicht so gehen mag. Das ist ganz lustig. Hier ist der Beweis. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Dann sind sie drin. So, zum 6. Da sind sie drin. Joschi! Und der ihn abhaut, ey! Sitz! Sitz! Ich bin so gespannt, dass er es macht. Bleib! Sitz! 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 Dieses Video war jetzt für ein kurzes Video, aber ich hoffe, es hat es trotzdem gefallen. Denken wir auf den Video, wenn ihr es dann kommt. Und dann würde ich sagen, Yoshi, komm mal her. So, das war jetzt auch wieder mit meinem Kanal. Mit meinem Kanal. Alles klar! So, das war jetzt auch wieder mit meinem Video. Alter! Ich darf... Ich muss gerade wieder zurückgehen. Nein, ich bin nicht gekommen. So, das war jetzt auch wieder mit meinem Video. Okay, das war's jetzt. Okay, nein. No, nein. Nur mal her. Das war jetzt auch wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt mir meine Videowünsche in den Kommentaren schreiben, dass ich sehe, was ihr wollt. Was ihr wollt? Alles klar. Das war's dann wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat das... Oh, wir machen es einfach kurz. Ich lasse es. Das war's dann mit diesem Video. Tschüss! Das war's dann wieder mit diesem Video. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Ich hoffe, es hat das Video gefallen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Wenn ihr irgendwelche Videowünsche in den Kommentaren macht, dann macht die doch gerne rein! Also! Das war's dann wieder mit meinem Video. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir mal einen Daumen hoch lassen. Super! Das war jetzt so wieder mit meinem Video. Yoshi liegt da unten. Den könnt ihr jetzt nicht sehen. Okay, genau. Ja. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, dann könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben. So rum. Und ihr könnt einfach sehen, was ihr sehen wollt. Dann würde ich sagen, bye! Bis zum nächsten Mal! Das war's von mir!